Das ist falsch. Das hat mir wirklich gut gemacht, das muss ich mir mal sagen. Man sieht, Stefan steckt meinen Bein an Marek vorbei. Marek zeigt überhaupt keine Reaktion, das Ganze ist total langweilig. Wenn wir jetzt in die Konfektionen wechseln, dann steckt Stefan wieder an derselben Seite an Mareks Kopf vorbei. Marek macht die richtige Reaktion und Marek macht den richtigen Ton und dann sieht das so aus. Wieder Stefan, wieder Karek!